Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Simone und ich bin Übersetzerin und Nachhilfelehrerin. Sie haben auf der Seite in LinkedIn eine sehr interessante Stellenbeschreibung veröffentlicht. Meine jahrzehntelange Erfahrung im Bereich Übersetzung und Dokumentation scheinen meines Erachtens nach sehr gut auf die ausgeschriebene Stelle zu passen. Ich wohne in Rosenheim und bin sowohl zeitlich wie auch örtlich sehr flexibel, da ich auch gerne mit dem Auto unterwegs bin. Im Bereich Synchronisation habe ich schon einiges an Übersetzungen geleistet in allen möglichen Bereichen. Ich bin mir sicher, dass Sie auch schon einen Film, den ich übersetzt habe, schon einmal gesehen haben. Ich bin mit vielen Office-Tools, insbesondere von der Firma Microsoft, sehr gut vertraut und zwar schon seit vielen Jahren. Da ich viel mit Menschen zu tun habe, bin ich natürlich auch sehr kommunikativ und teamfähig. Zu meiner langjährigen Erfahrung gehört auch, dass ich einige Jahre bei Siemens an Steuerungsgeräten gearbeitet habe und dort die Übersetzung insbesondere der Dokumentation und der Oberflächen vorgenommen habe. Die Übersetzung ist in mehreren Sprachen erfolgt und wurde dynamisch in die Benutzeroberfläche eingebaut. Das ist nur ein kleines Highlight meiner jahrzehntelangen Tätigkeit. Vielleicht habe ich Ihr Interesse geweckt. Es würde mich freuen, wenn Sie mich kontaktieren würden. Und meine E-Mail-Adresse ist folgende. Simone 15 13 12 rz.jahoo.de Gerne können Sie mich auch auf Anfrage telefonisch für ein Interview erreichen. Ich hoffe, dass ich Ihr Interesse wecken konnte und verbleibe mit freundlichen Grüßen. Simone Ich hoffe, dass ich mich auch auf Anfrage telefonisch für ein Interview machen kann. Untertitelung des ZDF, 2020